Ja, die Frage ist, Schamal Musiala kann nicht spielen, dann denkt sich jeder Bayern-Fan, dann muss der Thomas Müller spielen. Denkt sich der Trainer das auch? Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass der sehr spielt, oder der Ryan Grabenberg. Deshalb müsst ihr alle warten bis Sonntagabend. Beginnen könnte er schon, ich glaube nicht, dass er durchspielen könnte. Das würde mich, also sage ich jetzt einfach mal, auf dem Niveau, auf dem wir wollen, dass er spielt und auf der Intensität, die er auch spielen muss, um gut zu sein, das ginge nicht. Deshalb wird da die Entscheidung sein, wollen wir ihn am Anfang auf dem Platz haben oder wollen wir uns einfach die Option behalten, dass er am Ende für uns auf dem Platz steht. Sie wissen ja, und ich habe es Ihnen ja auch gesagt, dass wir zum Beispiel gegen Werder Bremen, wir zwischen zwei Spielern, Leon und Conny, die mehr oder weniger gleich auf waren, uns für Körpergröße bei Leon entschieden haben und ein bisschen mehr Kopfballstärke, defensiv. Diese Entscheidungen kann es immer geben, aber im Grundsatz möchte ich trotzdem dabei bleiben, weil ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir uns einspielen, wenn wir eine Mannschaft haben, die es sich immer verdienen muss, natürlich zu spielen. Das ist ganz klar, dieser Grundsatz muss immer bleiben, muss es verdienen zu spielen. Deshalb gibt es jetzt aktuell leistungs- und ergebnistechnisch sehr wenig Grund zu wechseln. Ich glaube, dass wenn erst mal diese Angebote auf dem Tisch liegen, auch viele Leute, die jetzt den erhobenen Zeigefinger heben und das verurteilen, vielleicht dann selber schwach werden würden, weil es dann halt doch Gründe gibt, für sich selber, für die Familie und vielleicht für eine große Familie auch auszusorgen, finanzielle Sicherheit zu haben. Deshalb glaube ich, sind wir alle gut beraten, oder ich zumindest für mich gut beraten, wenn wir da nicht zu moralisch werden. Das ist, it is what it is. Dieser Markt ist jetzt eröffnet und komplett neu eröffnet und ja, das ist mit Sicherheit eine Gefahr für die Bundesliga. Die Bundesliga hat eh eine ganz besondere Struktur und ist nicht gerade im Vorteil gegenüber Klubs, die auch Klubs in der Premier League, andere Klubs in anderen europäischen Ligen, die von Staaten und von Eigentümern, privaten Eigentümern geführt werden. Da sind wir sowieso schon im Nachteil und der Nachteil wird mit Sicherheit nicht kleiner.